Oh mein Gott, Freunde, wir müssen diese XOXO-Maske endlich zerstören, Freunde. Oh mein Gott, wir brauchen irgendeine ultimative Waffe. Irgendwas Ultimatives, ja. Wir haben schon so viele Sachen versucht. Wir haben schon alles gemacht. Bärböller, keine Ahnung, Pyro, Dings da, Schrepper, also wirklich alles. Hier ist einfach gar nichts was, wenn nicht mal die Haare abrasieren helfen. Oh Mann, 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 Mann. Echt, echt nicht gut. Wir brauchen vielleicht irgendeine Person, die sich mit sowas auskennt. Irgendeine Person, die mit XOXO was zu tun hat. Und, Freunde, irgendeine Person, aber wer könnte das nur sein? Wobei, warte mal, da fallen mir gerade zwei Personen ein. Oki und Ayuroki. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, rufen wir doch direkt Ayuroki mal an. Vielleicht weiß der ja was. Okay, ich würde mal ganz kurz mein Handy, dann können wir Ayuroki, Ayuroki anrufen. Okay. Hallo, Ayuroki. Ja, wir müssen die XOXO-Maske zerstören. Du bist in fünf Minuten da, okay. Freunde, Ayuroki ist schon in fünf Minuten da. Okay. In der Zeit könnten wir ja schon mal einen anderen Weg finden. Die XOXO-Maske zu zerstören. Oh je, die ganzen Haare. Ja, Mann, sind die Haare jetzt auch noch länger geworden. Und heute hat die XOXO-Maske einfach ihre Haare zurückbekommen. Mann, 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 ganz lange Haare. Oh Mann, ich hoffe, Ayuroki hat endlich die Lösung parat, Freunde. Ich hoffe, Ayuroki schafft es. Das wird ja zerstören. Mann, 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 Freund. Ich hoffe, Ayuroki kommt schnell. Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann Der soll jetzt auch machen, kaputt. Hau! Hau! Ayo-Walki weiß, wie man sie kaputt machen kann. Ja gut, Freunde, Ayo-Walki kann uns also helfen, oder? Hau! Hau! Okay, Ayo-Walki, das ist mir. Hau! 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 Puglia. Okay, Ayuroki, ich wollte aber Ayuroki ja ganz so viel Kraft, was nun. Warte mal, ich soll jetzt meine Hände draufhalten, dann kannst du einmachen. Okay, Ayuroki, wieder auf der Spruch. Okay. Freunde, seid ihr bereit? Also worauf bist du bereit? Okay. Okay, Freunde, dann geht es los in drei, zwei, eins. Oh, okay. Ich soll mich auch mal verschwinden. Ich soll mich auch mal verschwinden. Ich soll mich auch mal verschwinden. Oh, nee, das hat gar nichts gepackt. Oh, ist immer noch da, Ayuroki. Oh, die Ayuroki-Maske, äh, die XMXO-Maske ist doch noch da, Ayuroki. Hä? Oh, toll, was hat das jetzt großartig gebracht? Oh, Mann. Echt komisch. Wir brauchen einen anderen Weg, wie wir die Maske zerstören. Wir müssen das irgendwie kaputt machen. Oh, Mann. Wir brauchen eine bessere, eine bessere Lösung. Okay. Okay, Ayuroki, hast du eine Idee? Dann müssten wir das durchführen. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Oh, oh, mein Gott, die XMXO-Maske ist mir schon verrückt. Ich glaube, wir müssen den ja lieber ein bisschen einfangen. So, okay. Warte mal, Ayuroki kennt ein Ritual, okay? Oh, man braucht Kerzenständer. Holen wir doch, holen wir doch direkt mal welche. Okay, Freunde. Ich hoffe, die Kerzenständer bringt es dann aber auch. Hier ist natürlich noch einer. Okay, dann holen wir den direkt mal nach. Okay, Mann. Ich fände ich mir dort die Maske. So. Oh, Mann. So. Oh, Mann. Okay, Ayuroki. Komm, wir doch gehen. Ich fände ich mir die Maske oben mit dem Kerzenständer-Ritual. Ich hoffe, damit können wir sie vernichten. Okay, Freunde. Jetzt fehlt nur noch der Spruch, okay? Dann kann es auch schon losgehen. Gehen. Okay, der Spruch heißt XOXO Maske. Das ist wieder ein Zauberspruch. Oh, $ Kaf Access Maske, verschchwinde. Fass, Arabad Rex O Maske. Verschwinde ich, fass mal, XOXO Maske verschwinde. Ich hab XO Maske, verschwinde und. Oh mein Gott. Es geht schon mal so. Ah, oh mein Gott. Die Algo Walking, die Exerfekinmaske ist erschunden. Oh mein Gott, Freunde. Warte mal. Das heißt also, das Ritual hat was gebracht. Oh mein Gott, Freunde. Mehr seht ihr in der nächsten Folge. Bis bald, Freunde. Oh mein Gott, ich habe das gebracht. Ach, die Exerfekinmaske ist zu zerstören. Sie ist weg. Mann, 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 Mann. Endlich haben wir es geschafft.